So Leute, ähm, you can gank mit very easy. Very easy. Can flash eh. Oh shit, ich laufe hier schon rein. Ah, later, Alter. Ja, ich weiß. Sie pusht immerhin rein, das heißt, wir können nochmal heilen. Das Ding ist, sie fehlt gerade. Es kann sein, dass sie, ähm, dass sie jetzt hier rüber geht. Okay, naja, jetzt ist sie wieder da, hat nur gewordet. Sie will mich gleich töten, Leute. Wir müssen übel aufpassen. Sie wird mich gleich anflaschen. Ich könnte halt für den übel easy engage gehen, wenn sie kommt. Was? Das hat nicht geklappt? Und sie hat verfehlt. Oh mein Gott. Sorry. Das ist mir jetzt so peinlich. Das ist das erste Mal passiert. Meine Mann hat sie geflasht. Das ist das erste Mal, dass sowas passiert. Oh mein fucking Gott. Aber wir können sie eventuell trotzdem töten, Leute. Potenziell, also sie hat halt den Stun. Hello there. Okay, later. Oh, wieso ist der Support an der Mitte? Warum der Supporter, alter? Warum ist mein Supporter nie in der Mitte? Mann. Warum, alter? Na, ich bin älter. Ich bin safe. Ich ping aber den Peigen. Männer haben wir noch Ignite, aber... Sie ist potenziell immer noch killbar, aber... Es ist a little, little fies. Sie müssen auf jeden Fall pushen, aber ich glaube, sie geht gleich shoppen. Vielleicht will sie ja die Minions da oben noch haben. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Later. Noob, noob. Noob, noob. Noob, noob, noob. Weil sie reingepusht wurde. Ja, deswegen kommt ja nicht der Supporter vorbei. Mein Supporter kommt nie vorbei, wenn ich reingepusht werde. Also mal Zapper, Lottie am Lottie, Lottie. So, wir sind wieder am Start. So, jetzt können wir Gas geben. Ja, jetzt hier. Alistar, 0-2. Alistar, 0-2. Mit einer Karma, die nicht mehr auf der Lane ist. Das heißt, ich gehe, glaube ich, immer Lidelity durch in Tiamat. Aber wir haben jetzt Level 6. Vielleicht kann man ja was tun. Okay, da kommt Annie. Die hat noch Tibbers am Start. Allerdings kommt er noch... Bitch! Bitte! Ah. B-b-b-b-b-b-b. Aber ich... Das war rough. Bitch, Alter. Kleine fucking... Karma ist eine bitch. Und deswegen wurde sie getaked. Spike Mehto. Gut, das teste ich gerade noch. Ich glaube, es geht auf jeden Fall klar. Gut, also ich glaube, Spike Mehto geht auf jeden Fall. Man ist ein sehr unterschätzter Pick. Ich komme mal, ich bin da. ich glaube ich glaube ich glaube ich glaube den tötig der gibt geld wir könnten bot lernen wir verscheiden durch mit also wie man das hat macht und dann rauben wir bot also ich wäre leute kommt wirklich jetzt wirklich jetzt die könnte mich noch töten da beim tieren hat fertig so wir kommen das ding hier jetzt gehen wir schön auf eine frage was ist hier schon wieder los warum es kam er immer in der mitte immer all day long top land lissandra wird super useless werden sage ich super just das gutes pink wort mindestens genauso ist es wie dieses wort sein könnte man ein baitwort sein könnte ein baitwort werden komm mal hier für den boy muss jetzt nur gas geben schau mich wie sandra doch die denken dass sie die denkt so ja ja und dann na na wer kein guter stalker wenn ich mich einfach zeigen würde welt 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 da siehst wir bestimmt auch dass ich gerade keine hose anhaben und nackt werden so wir haben halt kein tank und wir haben halt ein super assassin champ das ist zu much glaube ich aber niederlegt könnte also die möglichkeit ist das niederlegt komplett ausrasten darüber könnten wir gewinnen und dass ich vielleicht noch komplett ausrasten ich bin ja ganz gut dabei kam hat mich abgefuckt aber aber eigentlich muss ich andere töten also naja kam er schon cool aber eigentlich müsste ich classic support schalter was für support alter was für was für fucking support alter ich habe halt die wehe zusammen benutzt damit ich mit der e schnelle hinterher kommen ich habe jetzt leider wieder keine ultimate was nicht so geiles holt leider nicht okay niederleht tot damit sind jegliche hoffnung weg damit sind jegliche hoffnungen verbrannt kann man so sagen wir haben halt ein richtig schlechtes team richtig komplette katastrophe leute eine komplette katastrophe am team ich habe jetzt erst leider holt aber an sich sind die alle super low nein ich hab's verkackt leute scheiße kriegt die vielleicht noch ja okay ich lebe ich lebe ich lebe oh der outplayt mich ich weiß halt nicht oh mein gut das hätte ich so hart durchruhen können aber wir haben trotzdem alle gekillt das ist cool penta kill verschenkt ja einer könnte kommen einer ist noch irgendwo am leben aber wir gehen einfach weiter leute hello there okay das da ist der einer bitte nicht bitte nicht bitte nicht bitte nicht bitte weh ich glaube ich muss bei stephen leute da portet sogar jemand hin ist bestimmt jurig oder unterwegs ohne mit der wasser von glaubt mir oder ich glaube das jetzt ein sand sound ist ein bisschen reulig das ist ein bisschen reulig das jetzt ein sand sound ist guckt euch den schaden an leute ob war es er zu gehielt aber was ich habe meine q verfehlt den drehen müssen wir jetzt getten leute alles auf drehen all eyes und heim aber ich konnte nicht flashen weil ich geweintet war war das aber nicht schlecht wenn wir ihn bitte töten ja geht dann noch mehr die laufen jetzt leider mitte durch das problem der behauptsache die haben gesagt wir können nicht gewinnen und deswegen haben wir dass die beste motivation zu gewinnen wenn die gegner sagen wir können nicht gewinnen allerdings es wird super hart werden keine frage wir können über catches gewinnen ich muss jetzt unbedingt shoppen wir haben schon wieder zwei bufzege wobei wenn ich noch ein bisschen geld warte ja wir haben reset bekommen das cool mit dem bitte den bären okay da kann noch wer bitte nicht alle sterben das wäre cool wenn nicht alle sterben würden aber das sieht danach aus das problem das war käse schon in der basement alles da auch aber es ist trotzdem bekommen weil sich denn in wandelt man sich denn in einen fisch wenn man ertrinkt sonst wäre pike ja eigentlich eine wasserleiche ich bin ein pirat piratenattacke piraten stich weil sie er schreibt immer noch legend support alter ich habe 400 ad was für support ich habe gleich okay aber ich kann wie das sowas von hart das game sowas von hart sowas von hart so hart man carry ich das game sowas von hart man carry ich hier durch man maschine ach shit alter unsere base wird gekillt aber wenn wir die jetzt hier getten ich habe die ja da kann ja nichts schief gehen oder okay das ist cool das ist ziemlich cool wir müssen jetzt nur noch diesen schwaster in der base aufhalten aber das macht käse gerade das ist das guck mal heilung voll sehr cool wenn wir die gleich gehen würden bevor ich sterbe heilung ich habe kein mana mehr leute 1 0 aber ganz guten tower damage hier da würde ich jetzt nicht wirklich für die türme gehen ja wobei jetzt können wir auch sie nehmen eben you can't win by the fucking way solo carried leute also komplett niederlebe auch gut aber der rest war naja also kaiser kann noch warten waren ok aber ne also also holy mindestens 12 von uns kriegt wahrscheinlich einen von irgendjemandem alistar hat mich eh gehasst also so viele kills habe ich nicht mehr auf meinem main chance 26 und die a5 ja es ist halt die a5 ne aber ja schön ne kaka hat aber auch gehen jetzt ist super aufs solo gestorben super aufs solo gestorben ich meine klar viele kills habe ich mir heute geholfen aber ich habe auch glaube ich ganz guten schaden gemacht wobei ich mache ja immer bürger ne ist ok gewesen ne ist ok gewesen ich hab das nicht jetzt 1 2 2 3 3 Untertitelung des ZDF für funk, 2017